Schalömmchenfreunde! Schalömmchenfreunde! Willkommen zum ersten wirklichen Umbau-Video in dieser Garage. Und ich kann mich jetzt gerade hier selber sehen und ich glaube, es sieht echt schon geil aus. Also fast professionell. Wir sind auf einem guten Weg, wir sind auf einem guten Weg. Aber heute gibt's... Ganz kurz, ganz kurz, ich muss dich unterbrechen, denn sonst werden die Leute dich unterbrechen. Ich werde nämlich sagen, der Sound ist aber noch scheiße. Wissen wir, Freunde, haben wir schon alles da, müssen wir noch dran machen, ist schon spät. Wir wollen jetzt noch eben schnell die fertig machen, da haben viele Leute nachgefragt und dann geht weiter. Jetzt müssen wir kurz, eben kurz bevor wir hier dran gehen, erstmal erklären. Und zwar, Ninebot Tuning geht's bei Max. Bei manchen, waren nicht viele, ich glaube so zwei, drei Leute, hat's nicht funktioniert. Und jetzt zeigen wir euch, warum es nicht funktioniert hat. Das wussten wir tatsächlich auch selber nicht. Da hat jemand in den Kommentaren geschrieben, danke dafür, für die... Ja, für die Info, wir wissen ja auch nicht alles. Wir sind immer auf eure Kommentare angewiesen. Und jetzt zeigen wir euch mal genau, warum... Also es geht darum, haben wir auch vergessen, dass ihr die Serien immer nicht eingeben könnt. Und über Scooter-Hacking, über Cyber-Dash. Und dann könnt ihr natürlich nicht auf US schalten und dann eure Ninebot-App in der US-Version schneller machen, den Scooter. Deswegen zeigen wir euch jetzt mal ganz kurz, wie ihr das umgehen könnt. Genau. So, dazu müssen wir den Scooter öffnen. Dafür brauchen wir Sicherheits-Talks und am besten hier einen Akkuschrauber. Wir wollen mal kurz einmal die Kamera ein bisschen heranholen, damit ihr mehr seht. Weil wir haben ja extra alles schön aufgebaut mit Licht und so. Dann kann man das auch weiterhin vernünftig machen. Wir müssen uns aber ultra beeilen. Ein Mikrofon ist schon rot am blinken. Und nicht, weil es aufnimmt, sondern weil es fast leer ist. Wisst ihr noch, wie wir angefangen haben mit so einem Kack-Schraubendreher? Jetzt haben wir sogar einen Akkuschrauber. Ja, aber ich muss dich direkt abbrechen. Warte, gib mal kurz. Ich muss dich abbrechen. Ich muss dich abbrechen, deine Euphorie bremsen. Wir haben aber noch so ein Billig-Bit. Ach, scheiße. Und das ist jetzt der Knackpunkt. Ich hoffe nicht, dass es der Knackpunkt geht. Das heißt, bei 10.000 Abonnenten kaufe ich mir eine Louis Vuitton-Jogginghose. Das habe ich damals aus Spaß gesagt. Aber da habe ich kein Geld für. Dann du hast die Null vergessen bei den 10.000. Genau, bei 100.000 Abonnenten, Freunde, dann wird dir auch der Kleidungsstil aufgerüstet. Dann gib mir die Louis Vuitton-Jogginghose. Unnötig. Das ist halt unnötig. Das ist komplett unnötig. Selbst wenn man das nur so aus dem Gag holt, ich hätte da so ein schlechtes Gefühl bei. Weil ich würde mir von dem Geld lieber eine Grafikkarte kaufen. Obwohl ich eigentlich schon eine habe. Aber ich würde lieber noch eine kaufen, die es egal stellen. Da ist halt mehr Wert drin. Ja. So, das war es auch schon. Also alles richtig gemacht. Ja. So. Hier haben wir den Controller. Dann ist jetzt auch schon der US-Controller bei uns. Genau. Und falls ihr die Seriennummer nicht ändern könnt, müsst ihr mal ganz kurz hier rauspacken. Und das ist tatsächlich das Ding, was wir letztes Mal nicht wussten. Den brauchen wir gar nicht rauspacken. Hier ist doch der Switch. Ach, da ist er direkt. Okay, da sind zwei Switches. Das wissen wir natürlich nicht, welche das ist. Doch, doch. Ich habe doch, ich habe doch, irgendwas habe ich. So, der gute Daniel hat es nämlich geschrieben. Warte kurz, warte kurz. So, da ist der Controller und da sind diese beiden Switches. Genau. Ansonsten probiert es einfach mal im Anders. Tut euch bitte den Gefallen und schraubt den Scooter nicht wieder zu, bevor ihr das probiert. Das heißt, ihr macht alles fertig, macht die Switches so, wie wir das jetzt hier haben. Wenn das dann funktioniert, ist gut. Danach schraubt bitte den Scooter zu. Weil wenn das nicht funktioniert, könnt ihr immer noch hingehen und die andere Variante ausprobieren. Es kann einfach sein, dass das in manchen gelockt ist. Vielleicht sind die auch nicht alle 100% gleich. Das wissen wir natürlich nicht. Kann ja sein, dass vielleicht beide aus waren bei ihm. Oder auch bei zwei, drei anderen. Genau. Dass die runtergeschaltet worden sind. Und in der Stellung funktioniert es auf jeden Fall. Und wenn es nicht funktioniert, probiert es einfach mal andersrum. Dann sollte es auf jeden Fall klappen. Hätte es nicht bei jedem passiert. Auch bei nur ein paar. Aber das sollten wir auf jeden Fall trotzdem mal sagen, falls es nicht funktioniert. Genau. Jetzt haben auch viele gefragt mit Xero Dash und so weiter, ob man da nicht mal was machen kann. Das Problem ist, Freunde, Xero Dash kostet mittlerweile Fufi, was das angeht. Alter, wie kann man denn so ein Preis? Wir haben jetzt schon vor einem Jahr ein Video darüber gemacht, dass die Preispolitik von Xero Dash einfach nur Abzocke ist. Und jetzt haben sie nochmal eine Doppelte draufgehauen, seitdem wir ein Video gemacht haben. Und das kann ich einfach nicht mit einem Gewissen vereinbaren. Also ohne Scheiß. 50 Euro. Wartet bis Scootaking Utility das hat. Wir werden euch da informieren. Wir werden das alles umbauen. Momentan ist das auf jeden Fall meiner Meinung nach der bessere Weg. Ja. Nochmal eine kleine Info, Freunde. Das hatten ein paar Leute nicht mitgekriegt. Deswegen nochmal ganz kurze Äußerungen. Wenn das Video jetzt draußen ist, soll das eigentlich schon alles geklärt sein. Zu den Controllern. Das hatten ja welche vorbestellt gehabt. Die ersten, die bestellt hatten, die ersten 40 Leute, die haben auch jetzt alle schon den Controller. Der ist ja schon da. Deswegen haben die uns ja auch da geschrieben. Die Leute, die dann nachbestellt haben. Das heißt, ihr habt vielleicht jetzt schon bestellt, habt aber noch keinen. Ihr seid dann quasi in der zweiten Fuhre. Die sollte eigentlich drei Tage später kommen als die erste. Wurde aber wieder irgendwie verschoben. Aber die sind schon in Deutschland. Das heißt, das kann nicht mehr lange dauern, bis die da sind. Dann kriegt ihr die auch sofort. Zum Ziodash gehen. Und in den meisten Fällen, wenn Ziodash was geschafft hat, was den Controller angeht, hat Scooter Hacking so zwei, drei Monate nachher dann auch geschafft. Also macht euch da nicht verrückt. Die Methode, die wir jetzt hier zeigen mit dem US-Controller, ist laut Stand jetzt. Scooter Hacking ist immer so zwei, drei Monate später als Ziodash gewesen. Aber Scooter Hacking ist komplett umsonst. Genau. Und wenn es soweit ist und wir da eine Möglichkeit haben, das mit Scooter Hacking zu machen, kommt da auf jeden Fall ein Video. Aber Ziodash kann ich mit meinem Gewissen 50 Euro nicht vereinbaren. Tut mir leid. 50 Euro für eine Software, die dann nur für einen Controller klappt? Ja. Das ist schwierig. Keine Sorge, ich schraube das Ding jetzt hier nicht. Ziodash kostet fast so viel, sagen wir mal die Hälfte, von dem Controller selber. Ja, das ist schon krass. Und jetzt verwendet ihr natürlich dann eine goldene Nase, er soll auch was verdienen. Also so ist das nicht. Ja klar, das ist auch ein kleines Ding, aber man kann das wirklich übertreiben, Freunde. Also wirklich, da könnt ihr euch besser Windows 11 holen. Naja, das auf jeden Fall dazu. Wir wollten euch da so ein bisschen auf dem Laufen halten. Wenn ihr euch fragt, wie funktioniert das Ganze mit Seriennummern zu ändern? Wir haben ein komplettes Video hierzu schon gemacht gehabt. Deswegen gab es jetzt hier nur kurze Fehler, Analyse, Beseitigung und so weiter. Tuning-Videos werden natürlich weiterhin kommen. Aber wir haben gerade nichts Krasses zum Tune, ne? Aber zum Thema Tune. René von Mikrofahrzeuge ist immer noch der Meinung, er muss unbedingt einen Kettgar kaufen und dazu einen übelsten Kart und so einen Scheiß umbauen. Und der hat schon gefragt, ob er nicht vorbeikommen kann. Hat er vorbeikommen? Ja, der hat auch schon geschrieben, ob er nicht gerne vorbeikommen kann. Ja, René, du bist gerne eingeladen. Ganz offiziell, René. Du kannst natürlich auch die Konsorten mitbringen. Ist gar kein Problem. Also wir haben auch hier oben oben, kann man fennen. So einen Veli und einen Zain und einen Nick kriegen wir auch noch hier irgendwo untergebracht. Irgendwo kriegt ihr alle untergebracht. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Da seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Da können wir uns zusammen basteln, dann wird das wieder geil. So, es wird schon dreimal zu euch gekommen. Jetzt wird Zeit, dass ihr mal hier hinkommt. Ja, auf jeden Fall wird das vermutlich ziemlich lustig werden. Also es wird noch einige geile Sachen kommen, Freunde. Das ist ja gerade mal hier der Anfang. Und eigentlich war das auch wirklich schon mit dem Video. Wir wollten euch jetzt ganz kurz noch einmal zeigen, woran das liegt, dass ihr die Seriennummer nicht ändern könnt. Wie gesagt, wie ihr die ändert, das haben wir in einem anderen Video gezeigt. Wir wollen das jetzt hier nicht in die Länge ziehen. Und das war es eigentlich auch schon. Es ist auch schon wieder extrem dunkel. Ich muss nach Hause, Freunde. Die Kameras oder die Mikrofone sehe ich hier in der Anzeige. Die leuchten rot. Die sind nämlich fast leer. Und der Mikrofonempfänger ist auch fast leer. Und deswegen schraube ich das jetzt hier noch fest. Das könnt ihr euch gerne angucken. Die Mikrofahrzeuge sind, glaube ich, jetzt bald auch leer. Im Winter? Stimmt. Machen wir Winterfahrzeuge. Ja, können wir echt mal in so einen Quad oder so ein Schneemobil. Wird auf jeden Fall lustig, Freunde. Schneemobil. Deswegen, bei René ist aber auch René, also Mikrofahrzeug ist auch so ein Typen. Den musst du manchmal manche Sachen zweimal sagen. Ist auch gar nicht böse gemeint. Deswegen nagelt bitte den René drauf fest. Wenn er dieses Jahr nicht mehr schafft, hier hinzukommen, dann muss er uns ein V-Set 10 schenken. Oder Nami-Burn-E geht auch. Ja. Wieso oder eigentlich? Stimmt, kannst du auch beides. Also. Sieh zu, dass du hierhin kommst und bring ein paar Spielzeuge mit. Genau. Und was zum Unbass. Ja. Den Rest kriegen wir hier. Den Rest haben wir hier. Alles gut. Und dann muss ich sagen, ich habe drei Schrauben noch fertig. Dann ist sie gut. Also ich muss sagen, dieser Billo-Bit, der ist tatsächlich gar nicht so ein Billo, wie ich gedacht habe. Tja. So gut. So, Freunde. Wir sind es beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.